Traurige News. YouTuberin Jamie Lopez ist im Alter von 37 Jahren gestorben. Das berichtet ein Insider gegenüber TMZ. Nachdem sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, starb Jamie schließlich an den Folgen von Herzkomplikationen. Ihre Fans begeisterte sie in den letzten Jahren vor allem mit ihrem Abnehmerfolg. Aus 383 Kilogramm wurden 202 und so eröffnete sie schließlich ihren eigenen Beauty-Salon und bekam ihre eigene Reality-Show Super-Sized Salon. Im Netz nehmen Freunde, Bekannte und Fans jetzt Abschied von Jamie. Wir geben mit großem Bedauern das Ableben der Gründerin und Besitzerin von Babydoll Beauty Couture, der legendären Jamie Lopez bekannt. Im Namen der Babydoll-Familie bitten wir sie, uns Zeit zu geben, diesen schrecklichen Verlust zu verarbeiten. Im Namen der Babydoll-Familie bitten wir sie, uns Zeit zu verarbeiten. Im Namen der Babydoll-Familie bitten wir sie, uns Zeit zu verarbeiten. Im Namen der Babydoll-Familie bitten wir sie, uns Zeit zu verarbeiten. Im Namen der Babydoll-Familie bitten wir sie, uns Zeit zu verarbeiten. Im Namen der Babydoll-Familie bitten wir sie, uns Zeit zu verarbeiten. Im Namen der Babydoll-Familie bitten wir sie, uns Zeit zu verarbeiten.